So, ich glaube, der hier ist lange überfällig. So, morgens ist es, Sportsfreunde. Ja, ein Schuh, ich weiß nicht, wie viele Leute das noch interessiert, aber ich denke, eigentlich ist es wichtig, sich den anzugucken. Und das ist der Adidas Streetball 2. Ich hatte den Schuh noch nicht in der Hand, noch gar nichts. Ganz trocken, also in dem Fall sogar Doppel Laces, was ich ganz cool finde, weil Orange zu Orange, ich weiß eigentlich nicht, ob jede Colorway mit Doppel Laces kommt, aber okay. Ja, der Adidas Streetball 2, der Adidas Streetball 1 ist für mich nach wie vor einer der besten Streetball Schuhe, das habe ich immer gesagt und dabei werde ich auch bleiben. Was ist jetzt beim Adidas Streetball 2 anders, beziehungsweise ist es immer noch ein Basketball Schuh? Auf den ersten Blick würde ich sagen, yo, ganz klar, ist immer noch ein Basketball Schuh, fühlt sich so an, fühlt sich so an, als hätte er die Support Features, die man braucht, vermute ich zumindest. Muss ich jetzt einmal anprobieren, um zu sagen, ob ich der Meinung bin, dass das ein Basketball Schuh ist oder nicht. So, also ich hatte den Schuh jetzt mal kurz an, erstes Kommentar, ganz klar, der Schuh ist viel zu lang. Das wusste ich zum Glück, ihr habt den direkt kleiner bestellt, meine normale Größe ist eine 44, hier direkt eine 43, ein Drittel, also sprich, eine halbe Größe kleiner, sitzt gut. Der andere wäre mir viel zu groß. Das wusste ich schon, dahingehend geht eine halbe Größe runter, wenn das interessant für euch ist. Der Schuh ist, meines Erachtens, ein Basketball Schuh. Er ist sehr ähnlich, aufs erste Gefühl, zu diesem hier, zum Adidas Streetball 1, den ich nach wie vor, hands down, einfach nur geil finde. Allerdings sind die Materialien ein bisschen anders und der ganze Schuh ist ein bisschen weicher, muss ich mal gestehen. Vom Material her ist der Adidas Streetball 1 ein bisschen robuster und fühlt sich auch besser an, also fühlt sich ein bisschen mehr Richtung Premium an, weil der Schuh, das Leder und so, das fühlt sich beim Adidas Streetball 1 eigentlich relativ gut an, das muss ich wirklich sagen. Bei dem hier fühlt es sich so, naja, ich weiß es nicht, es fühlt sich nicht ganz so gut an, aber no matter what, es geht um die Performance. So, deshalb performancetechnisch, die Sohle, kann ich sofort sagen, diese Sohle ist knüppelhart, dick und bietet genau das, was ihr wollt, das ist eine geile Sohle, Outdoor, Asphalt, alles. Und ich kann, deswegen habe ich den da, weil das ist dasselbe Gummi, also das ist exakt dasselbe, nur minimal anderes Muster drauf, was aber völlig egal ist. Das hält, das hält richtig. Damit könnt ihr richtig auf Asphalt zocken, wenn ihr das wollt, weil das hält richtig was aus. Das ist einfach wirklich hartes, gutes Gummi. Dämpfung, haben sie verändert? Ob das jetzt ein Upgrade oder ein Downgrade ist, ist eine Frage, die ich jetzt so nicht beantworten kann. Sie haben immer noch Light Strike und ich würde behaupten auch in einer ganz ähnlichen Dicke und Aufmachung und auch Härte, wie bei dem Einser, was ehrlich gesagt erstmal gut ist, was mir auch sehr gut gefällt. Und auf den ersten Step, als ich sie gerade an hatte, fühlte sich das auch gut an. Und sie haben zusätzlich hinten, also ich will nicht lügen, aber ich bin mir jetzt mal 99% sicher, das ist Boost. Die haben hier hinten also eine Boost eingearbeitet, die ihr auch im Übrigen hier unten noch seht. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass das euren kompletten Hacken, der ist Boost. Es ist so gecaged, nennt sich das, also quasi hier mit Plastik, also Kunststoff, was auch immer was, ummantelt, damit es nicht ganz so wackelig wird. Es ist stabil, es hat sich auch stabil angefühlt. Es fühlt sich ein bisschen weicher an und ich glaube, es gibt einen geilen Stepping Comfort, also sprich, wenn ihr A lauft, geht, sonst was. Vor allem, wenn ihr auf dem Hacken landet, glaube ich, ist das richtig, richtig gut und ein ganz klares Upgrade zum Light Strike, weil ihr braucht hinten im Hacken keine Explosivität, sondern einfach eine weiche Landung, die aber stabil ist und das wird hier gewährleistet. Und vorne braucht ihr die Explosivität und da habt ihr den Light Strike. Das ist also eine geile Kombination, gerade auch wieder für Asphalt. Die hat man sich anscheinend wirklich mal Gedanken gemacht. Das Material, es ist, wie gesagt, nichts Besonderes, aber es ist verhältnismäßig dünn. Es ist eine Art, also ob es echtes Leder ist oder nicht, ich wage es zu bezweifeln, dass das Leder ist, aber es ist auch egal, es ist auf jeden Fall Leder angelehnt, nennen wir es mal Kunstleder, mit hier und da ein bisschen Kunststoff mit drin. Die Ventilation ist wieder mau. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich am Ersten auszusetzen hatte. war, dass der Schuh, wenn man damit Probleme hat, sehr warm wird. Ich habe damit nicht die Riesenprobleme. Und selbst ich fand aber, dass der Schuh durchaus warm wird, wenn es wirklich heiß draußen war und man hat gezockt. Das wird bei dem hier leider sehr ähnlich sein, aber no matter what, das macht alles einen guten Eindruck. Das macht auch die Verarbeitung und so, das sieht alles schon gut aus. Also klar, ich meine, die Premium-Materialien, die Mega-Premium-Materialien könnt ihr hier nicht erwarten, aber das macht erstmal alles einen ganz guten Eindruck. Scheint ganz gut verarbeitet zu sein. Der Schuh sitzt sehr gut, ist auch für breite Füße geeignet. Wenn ihr breite Füße habt, kauft ihr euch vielleicht die normale Größe und geht nicht die halbe Größe runter. Alles in allem kann ich sehr sicher sagen, dass das wieder ein hervorragender Schuh für Outdoor sein wird. Ich werde den Schuh jetzt noch testen. Ich werde kein explizites Performance-Review dazu machen. Ich werde einfach mal immer wieder Updates in meinem Instagram geben. Hier, glaube ich, ich bin nicht sicher, es ist immer alles spiegelverkehrt und so. Ich glaube, hier ist mein Instagram-Feed. Schaut da gerne rein, da poste ich sowieso immer eigentlich so die neuesten Schuhe, die es so auf dem Markt gibt oder die ich habe und spannend, dies, das, mach ein paar Storys und so. Es ist nicht zu viel, aber so ein bisschen was und da werde ich auch ein paar Updates dann zu diesem Schuh geben. Aber für die Leute, die sich gerade überlegen, einen Streetball-Schuh zu kaufen, der jetzt noch den restlichen Sommer hält, gerade auch auf Asphalt, Leute, ich bin mir ziemlich sicher, der Adidas Streetball 2 ist eine richtig gute Wahl. Der eine oder andere wird ihn vielleicht haben, weil den Schuh gibt es ja nicht erst seit gestern, den gibt es schon ein paar Tage, ich hatte nur etwas länger gebraucht, um den zu besorgen. Er ist auch gar nicht so einfach zu kriegen, das muss ich leider sagen. Aus irgendwelchen Gründen werden die Schuhe nicht gut promotet, auch der Einser schon nicht. Und ich bleibe dabei, hands down, einer der besten Schuhe, den ich Outdoor jemals gespielt habe, wenn nicht sogar der beste. Von daher, Internet durchsuchen. Ich kann es nicht anders sagen. Adidas Streetball 2 bei Google eingeben und schauen, wer verkauft ihn gerade. Ich habe meinen für, ich glaube, 67 oder 68 Euro gekauft. Der war im Sale. Neu kostet der Schuh 130 Euro, was ich tatsache eigentlich gerechtfertigt finde, dafür, was er euch bringt. Aber für einen Outdoor-Schuh trotzdem irgendwie immer viel finde, weil die halt natürlich relativ schnell kaputt gehen. Aber der Schuh macht rundum einen geilen Eindruck. Ihr kommt auch super rein, ihr habt einen sehr breiten Einstieg, weil das alles hier so ein bisschen mit, ein bisschen flexibel ist, mit so ein bisschen ein paar Straps, die euch so drin halten. Das macht einen Top-Eindruck, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich werde jetzt gleich die orangenen Laces reinmachen, weil ich das, glaube ich, geiler finde. Und dann werde ich damit losziehen und ballen gehen, weil das Wetter ist gut. Gut, ansonsten, Leute, schreibt gerne rein, ob ihr den Schuh habt und wie ihr den vielleicht auch findet, so rein optisch gesehen zum Beispiel mal, und was euch sonst so interessiert. Und wie gesagt, checkt mein Instagram, wenn euch interessiert, was ich auf längere Sicht zu dem Schuh sage. Ansonsten, das ist von mir. Schuh, 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 schuh.